Jetzt läuft's, Klappe 1, buff! Also das ist mein Junge, das bin ich. Er sieht gut aus, ich schwätze. Dr. Ma Blues, 30 Jahre, Herrgott, ist doch der Hammer, oder? Eine von den beständigsten Bands in der Gegend, wo wirklich tiefen Blues, Rhythm and Blues und Spaß verbreitet. Sind jetzt 30 Jahre, unfassbar, so seht ihr gar nicht aus. Also Respekt, Jungs, Respekt, Respekt, Respekt und Glückwunsch und weiter so, nochmal.